Die Nudeln sofort, ob er hier... Okay, ja, ab, gleich ab. Keine Uzi. Ah, Pizzaschneider, Pizzaschneider. Juhu! Nein! Top-Lambi ist es! Pool-Party, dann machen wir eine Pool-Party. Pool-Party, dann geh ich deep-sea-kommt. Okay. Ich weine euch einfach den Pool, das ist kein Ding. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Amumu passt zu jedem Skin-Thema, weil für den Fall, dass er nicht in das Skin-Thema passt, kann er immer noch weinen und passt damit wieder ins Skin-Thema, weil er weint, dass er nicht drin ist. End-first gehen, Leute. Who's end-first? Ich will mich ja kratzen, aber juckt mich nicht. Direkt, 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 direkt. Sword-EOW. Last-its werden noch ziemlich überbewertet. Last-its sind was für Leute, die was zu verlieren haben. Wird der Wichser. Obwohl ich Midi bin. Und ich verfehle meine Q erstmal. Schön. Sweet, ey. Behärte den Champion einfach in- und auswendig. Alter, ist mal ein bisschen schlecht. Das überrascht dich? Nein, das überrascht mich kein bisschen. Ich liebe es, ständig Fässer ans Gesicht zu bekommen. Toller Champ. Nichts, Drake. Ah, was baue ich mir denn jetzt als Items? Oh, nice. Ich glaube, der hat richtig Sprach. Unsere Lane. Aufmerksamkeit. Nop. 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 Es steht immer noch 0-0. Sick. Nop. Nop. Gotcha, bitch! Oh, hot, 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 hot! Hot! Okay. Ja, ich geh auch. Bereitung on point mit Red Buff. Err. 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 Hey, guck zu mir, Victor. Ich geb dir ein Schild, dann krieg ich einen Assist. Hey! Hey! Leute! Irgendjemand muss den von hinten hauen. Hier war jemand. Das ist Victor. Das ist der Sweet. Da seh ich mich, ja. Engage! Geh weg, Victor. Geh weg, Victor. Ich hab kein Mana! Easy. Oh! Oh ja! It was at this moment, Jackson knew. He fucked up. Power! Barrett Damage! Ah, so gut. Ah, so gut. Ah, so gut. Ne, alle weg, alle weg, alle weg. ja, überhaupt nicht. Amumu Express heihtiIGoutVot. NIN! Wo- Iλ Андj 봉! NIN! Oh- Hot, Hot, Hot. HOT! 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 Ähm, ich mag die Band nicht. Nein. Irgendwie hat hier was ganz funktioniert. Gotcha, bitch! Ja, toll. Ich hab's nicht so gut zu Wort, aber hier. Okay, äh, ab, wir knapp. Hat doch keine Ökli. Ich hoffe, dass wir das trauen. Dann kommt der Gangplank her. Not today. Ich weiß nicht, ob er den löst, äh, also der Gangplank kann uns alle mit einer Barrel-Comp töten, wenn wir hier sind. Ich bin ziemlich am Arsch. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, das ist das, was ich meine, die machen mir die ganze Zeit schon, äh, vorher schaden, so viel, dass ich keine Schmerz habe, mehr dich zu retten, weißt du? Das war's. Das war's. Nice, schön. Ey, ich hab sogar ne Q getroffen. Ich hab noch irgendwas fertig. Na, der ist weg. Dann so viel dazu. Ne, ne, hättest du auch nicht. now, hot, 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 hot. Genau. Ich bleib bei dir und wenn irgendwas an dich rankommt, kik ich's weg. Richtig. Dass wenn die Lully tatsächlich noch hinter dem Cockmar steht. Ja. Tschüss. Die Quicksilver wollte nicht. Ah. Schadet ihr. Ah, das war die Doppel-Explosion. Der Fiend.